Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play League of Legends. Ja, die Vorrunden habe ich ja nun gewonnen mit 3 zu 1 und wir dachten uns, wir machen jetzt noch ein entscheidendes Spiel. Ihr seht mich als Jinx und Volker als Arcani und wir haben uns noch vier Bots auf Mitte jeweils eingeteilt. Jeder sucht zu seinem Team selbst aus Willen. Ihr seht, mein Team besteht zu größtenteils aus offensiven Tanks. Sein Team dahingegen besteht eher aus, ja gut, es geht halt, ne? Und wir haben... Einen guten Mischmasch. Ah, cool, guck mal. Sekundär das Quest, das heißt, wenn wir uns jetzt auf eine Lane stellen, dann werden die Bots dafür sorgen, dass die anderen Lanes ausgefüllt sind. Ja, das... gut, bei mir machen sie das jetzt nicht so. Ne, doch, du wirst jetzt wahrscheinlich, ähm, hingehen müssen und dann werden sie sich unser tun. Wir kommen in den Kluft, der Beschwürmer. Aber bei mir stehen sie schon richtig, von daher passt das. Ja, bei mir passt das eigentlich auch so im Großen und Ganzen. Also wir spielen komplett ohne Jungle in dem Game hier, weil Bots können ja nicht junglen und wenn einer von uns in den Jungle gekommen wäre, wäre das mega unfair gewesen jetzt. Also ich könnte nicht mit Arcadi jetzt in den Jungle gehen. Aber ohne Smype würde das, glaube ich, nichts. Richtig. Na, wollen wir mal schauen, ob das jetzt hier was wird. Ich gebe dir, du hast die Leona als Gegner. Weil es sind doch welche Lane ich überhaupt spiele. Ne, wenn ihr auch da mitspielt. Gut. Okay. Jetzt habe ich mir gesagt, hey, ich habe schon, ich habe schon mir schon irgendwie gedacht, dass du da mitspielst. Oh, du schießt ja gleich richtig hier auf. Jo, jo, übelst ey, die Scherwelle haut mal gleich drauf. Hilfe, Chex, benutzen wir gleich mal hier unter den Arsch greifen. Oh mein Gott. Man merkt, auf dem Mittel, die sind völlig gar nicht mal so dumm. Ne, aber der Chex, wie du es jetzt schon? Oh mein Gott. Ich habe den Chex gerade noch mal so gerettet, der ist beinahe First Blood für euch gewesen. Ja, also wollen wir mal schauen, wie das jetzt hier endet hier. Nicht mal gespannt. Das Problem ist halt, äh, ja, je nachdem, welcher, welcher Bot am schnellsten feedet, ne. Ja, das wäre natürlich auch so eine Sache, wenn wir die Bots feeden. Habe ich aber letztes Game gehabt, muss ich sagen, mit Bots, da hat einer die Bots auf, auf, ähm, wie war das, auf 4-0 hat er, hat er einen Bot gefiedelt. Das war nicht schön. Naja, wie gesagt, die, auf mittel sind die, gar nicht mal so dumm unbedingt. Naja, ich bin immer noch nicht besonders klug, aber es hält sich die Grenze. Ja, klar, aber nicht mehr unbedingt so, dass man sagt, oh Gott, ich kriege hier gar nichts auf die Reihe. Ne, ne, sind schon gut eingestellt. Aber hier zum Beispiel dieses Tower-Gank ist zum Beispiel ein Megaslam-Spieler. Was, wenn ich eine Waffe hätte? Wacken schießen! Du bist ja echt gerade, wenn ich meinen Checks ein bisschen verteidigen, dass er nicht stirbt. Weil ich gerade mega offensiv reingehe, bin ich nicht sicher. Er kann es nicht, aber weiß nicht besser. Wie sieht das auf der Top aus? Wie ist Fortune? Und der Nasus? Naja. Ich glaube, da wird man mit Fortune ziemlich recht gespielt haben. Wenn sie... Ja, wobei, dadurch... Oh. Hilfe. Ich versuche gerade, der Luke sich ein bisschen auszureichen. Ich gehe mit dem Vollabfahrer. Oh mein Gott. Ob er wirklich eine neue Waffe? Du erzählst nicht meinen anderen. Das gehört alles zum Plan, den ich mir gesagt habe. Tja. Okay, gut. Ich weiß übrigens, dass du gerade nicht auf deiner Lane bist. Okay, ich bin fertig. So. Lieber Wolke. Ich habe das Gefühl, dass du nicht auf deiner Lane bist. Okay, ich bin fertig. Meinst du? Ich bin auf deiner Lane und du? Dieses Mist trauen. Oh mein Gott, 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 oh mein Gott. Was ist los? Bist du fast gesprungen oder was? Ne, ich nicht, aber mein Jacks hier. Der war gerade mega am Abkacken. Das Dumme ist, ich kriege hier kaum Farm zusammen. Oh. Da bin ich gar nicht drauf geachtet, ey. Scheiße. Da bin ich gar nicht drauf geachtet. Ja. Du bist Fortune und Garen auf der Pop. Alles klar, der Garen, der Garen steigt da auch irgendwie ein bisschen zu hart rein. Ja, das ist bei Bots normal. Die greifen halt an, gehen wieder, greifen, angehen wieder, greifen, angehen wieder. Das ist übelst krass bei denen. Ich hoffe, der Jacks stirbt jetzt nicht mehr Zeit, wo ich hier bin. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Jinx steht für Jinx. Alter Schwede. Oh, 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 oh. Wer will schon brav sein. Okay, ich denke, wir verlieren schon mal auf der top eine Tower. Naja, weil die auf der Mitte sieht es auch ganz gut aus mit der Leona, die hält sich gut. Ich dachte nicht, ich komme ja mal mit runter. Brauchst du denn, Nalee und da wohl nichts zu hier? Ne, ich dachte mir, ich helfe mal ganz kurz. Leute, die ist weggegangen, wie ich das gemacht habe. Das ist ja mal auch nice. Hey, check's auf meiner Lalee, guck dir mal das Level über die Beine. Das ist die Harte. Gut. Ah, ernsthaft jetzt? Sehr schön, Voltana. Äh, Spot. Ja, Volgana war meine. Gibt's nicht. Oh, jetzt bin ich fertig. Ich schätze? Doch nicht. Oh, Glück gehabt, ey. Hui. Hui. Oh, jetzt bist du fun. Das kann doch nicht sein, ey. Was ist denn das? Oh, alter Schwede, die Lux ist gefiltert, aber auf volle Kanne. Geht mega gut los für euch, äh. Mega gut los. Eigentlich wollte ich ja Teemo nehmen, aber Akali fehlt mir auch ganz gut. Na also. Na gut, dass der Garret stirbt, das war mir eigentlich klar. So will ich das sehen. Boah, du bist schon Level 8, ey. Vorteil des Top-Laners, ne? Er braucht schon Gründe. Dabei bin ich mit Laner. Äh, mein ich doch. Komm schon, komm schon, komm schon. Na, jetzt hat die mich betreut. Schade. Ja. Das war mir so klar. Ich lasse mir hier irgendwo, ich fing hier bestimmt nicht sterben. Ja, die ist schon längst zurück. Ja, aber hier ist warm. Warm ist voll. Ja, und stirbt dann Jax, geht's weiter. Aha, du bist ja Level 6, saßt ja so schön ruhig. Voll zu gut, BAM ins Gesicht. Das habe ich jetzt völlig ausgeblendet. Das gehört alles zum Plan, den ich mir gerade ausgedacht habe. Ich habe nur die besten Absichten. Wir kommen los, komm. Oh das kann doch jetzt eher... Bleibt es zu schulden wenn es wieder abgekriegt ist, geht gar nicht. Warum besteuerte Bots? Guck dir den Jax nochmal an, der kriegt nicht die 3er Alter, einfach nur bestechte Bots zusammen, stell du Okay, gut, das ist jetzt bestechte Bots Hat der Jax ein Schwein gehabt gerade, ey Er hat da mit 5 pro Leben oder so überlebt Einen Turm zerstört Und ich gar nicht Ich bin mir nicht so sicher Ja, guck, aber das war jetzt dumm Wir haben Lux und Shyvana auf dich draufgegangen, die hätten nicht Glow noch bekommen Ja, bin ich mir nicht so sicher Lux, Lux wäre wahrscheinlich gestorben, aber Den genäht sich das Ich hab halt mega gespielt, hab vielleicht mega am Anfang gefeedet, ne Das war jetzt Ich glaub, die Runde wird fertig verlieren, das war mega schlecht und Lux die feedet am Anfang Könnt mich halt am Ende jetzt den Sieg kosten Du bist da ein bisschen zu Aggressiv Ja, ich hab immer Bots diese Einstellung Ja, Bots, ne, weißt du die? Ja, ja, das ist gefährlich, gell Und dann im nächsten Moment, oh, Bots, ja Oh, klasse Nein, jetzt ist meine Verbindung weg Das ist geil, wie sie mich gekillt hat, ey Schön, feier ich grade, feier ich grade Oh nein, Leute, ich hab mich gekillt, weil ich meine kack Verbindung war Und die Lux die Rolltie gerichtet hier, ey, geil, 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 geil Ich hätte, die, äh, Leona jetzt das erste Mal killen können Das erste Mal hätte ich sie killen können und genau in dem Moment kackt meine Verbindung Oh, mein Gott, oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott so klar nein ich bin nicht gestorben kommen gar nicht auf die idee zu fragen ich und sterben das ist kein schönes spiel gerade kein schönes spiel bis noch da ja ich bin noch da die Ehrwichtel Kader so ein bisschen dass Leo noch nicht gekillt hat und das nur weil meine Kackverbindung ja weg war ja das kann ich mir vorstellen das nicht so doll für dich war jetzt so weil das wäre das erste Mal gewesen dass ich sie gekillt hätte wunderschön wunderschön aber irgendwie ist gerade alles wieder leise jedes Mal wenn deine Verbindung wie abkackt und dann wieder da ist wird mein Spiel komplett leise ja das ist kann ich dir auch nicht sagen wo das zusammenhängt oh hast du mich leider verfehlt sicher vielleicht habe ich ja deine Ehrw hat mich verfehlt sicher getroffen aber unsere bodenlose lane kackt grad mega ab der jacks hat auch nicht wirklich was entgegenzusetzen aber ich treffe jedes Mal hier die falschen das ist der Wahnsinn ich habe schon drei Kills ich habe schon drei Kills ja ich bin aber auch schon drei Mal gestorben aber das interessiert ja keinen ich wollte gerade sagen ich habe bis jetzt irgendwie immer nur mitbekommen dass du gestorben bist deswegen habe ich jetzt gefragt ja bei der massenhaften sterbeaktion von mir hat man das gar nicht so mitbekommen dass ich auch mal Kids lande zwischendurch und du von deiner lane schon wieder verschwunden bist das macht man nur so ein bisschen sorgen wenn du von deiner lane verschwindest weißt du wie magic magic ja das schöne ist ja dass du auf deiner lane natürlich wesentlich schneller levels als ich in deinem endgame natürlich auch wesentlich mehr drauf hast hat man mir habe ich mir habe ich mir sagen lassen das war ja meine geile Aktion von Jacks der pflanzt ein wort und jumpt dann in den wort rein um weg zu kommen ok nette Idee siehst du das der pflanzt ein wort und jumpt weg die Lux ist dann wieder nicht so schlau oh mein Gott oh mein Gott lass mich in Ruhe oh mein Gott lass mich in Ruhe oh mein Gottness this is so evil lass mich bitte doch lass mich lass mich bitte doch der Nasus hatte ein weh dass ich jetzt keine energie mehr hatte hast du es auch gerade versucht oder was das wäre mir wohl schief gelaufen ich habe Morgana gekillt und hätte jetzt fast noch ähm Nasus gekillt mir hätte nur noch ein jump gefehlt aber den konnte ich nicht anbringen weil ich keine energie mehr hatte �를 na ja Mist komm schon Jacks zeig mal was du kannst ja also wunderbar saftiges hühnchen mit steaks soße ja also liebe zuschauer es würde gerade noch ein bisschen heftig da geht gerade noch was ab dadurch dass du jetzt aber alle gekühlt das kommt jetzt alle in die mitte bei dir das war jetzt so uncool das stört mich jetzt nicht so ich meine ersten team fängt oder was Oh shit, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Warst du da auch mit drin? Nee, du warst da.